Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von BuchDing. Heute gibt es wieder eine Rezension. Diesmal geht es um dieses Buch hier, Der Wal und das Ende der Welt. Wie ich es fand, erzähle ich euch jetzt. John Ironmonger ist genau wie der Protagonist in seiner Geschichte Halbdäne und Halbbrite. Er ist allerdings 1954 in der kenianischen Hauptstadt Nairobi geboren worden und zog erst im Alter von 17 Jahren mit seiner Familie in einen kleinen südenglischen Küstenort. Als er erwachsen war, studierte und promovierte er in Zoologie und arbeitete auch einige Jahre als Dozent in diesem Bereich, bevor er beschloss, eine Laufbahn in der medizinischen Informatik einzuschlagen. Bisher wurden vier Romane von John Ironmonger veröffentlicht. Zwei davon wurden ins Deutsche übersetzt und einer davon ist der, über den ich heute rede. Dass ein fremder Mann namens Jonas und ein Wal am selben Tag an ihrem Strand angespült werden, erscheint nicht nur den Bewohnern der kleinen südenglischen Küstengemeinde St. Pyron wie eine unheilvolle Prophezeiung. Auch der Leser fühlt sich an die biblische Geschichte von Jonah und dem Wal erinnert. Und das ist durchaus beabsichtigt, denn der Roman ist eine moderne Interpretation dieser Geschichte. Als Mathematiker bei einer Londoner Investmentbank muss unser Hauptprotagonist Jonas, Joe Haag, weltweite ökonomische Entwicklungen vorhersagen, um so seiner Bank zu Millionengewinnen zu verhelfen. Dies tut er mit einem von ihm selbst entwickelten Algorithmus, der natürlich in ein Computerprogramm integriert wurde. Doch eine scheinbar falsche Vorhersage seines Programms und die katastrophalen Folgen für seinen Arbeitgeber veranlassen ihn zu einer überstürzten Flucht aus der Großstadt London und führen ihn ins beschauliche St. Pyron. Doch statt das Leben dort zu genießen, nutzt er sein gesamtes Vermögen, um Massen an Lebensmitteln und Vorräten für das ganze Dorf anzuschaffen und zu bunkern. Die von ihm entwickelte Software vermag nämlich viel mehr als nur Aktienkurse auf Basis der wirtschaftlichen Entwicklungen vorherzuberechnen. Sie hat eine nie dagewesene Katastrophe vorhergesagt, auf die Joe sich und sein Dorf nun vorbereitet. In diesem Roman zitiert der Autor auch immer wieder Thesen aus dem Sachbuch Kollaps von Jared Diamond, worin es sich um einen möglichen Weltuntergang dreht, und aus der philosophischen Schrift Leviathan von Thomas Hobbes, die sich mit den Auswirkungen einer Katastrophe auf die Menschheit bzw. auf die sozialen Strukturen und auf das Verhalten der Menschen beschäftigt. Außerdem liest man noch etwas über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über potenziell apokalyptische Ereignisse. Die Kombination all dieser Thesen und der Geschichte seines Romans wirkt tatsächlich wie eine ganz erstaunliche Vorwegnahme der Ereignisse unseres Pandemiejahres 2020-21. Nur nicht vorschnell urteilen, das englische Original erschien bereits im Jahre 2015. In dem Buch geht es um die vielen ganz empfindlichen Verbindungen, die dem Funktionieren unserer globalisierten Gesellschaft zugrunde liegen, und um die Folgen einer weltumspannenden Krise in Form einer Pandemie. In diesem auf verschiedenen Zeitebenen erzählten Roman zeigt der Autor wirklich glaubhaft auf, wie sich ein Mensch oder ein Individuum angesichts einer solchen Krise verändern kann. Und zwar wie Joe Haag in diesem Fall von einem Großstadt-Yuppie zu einem Beschützer und Versorger einer ganzen Gemeinde. Es wird aber auch deutlich, wie sich das Verhalten eines einzelnen Menschen ganz schnell zu einem Massenphänomen potenzieren kann. So zum Beispiel das Anhäufen lebensnotwendiger Güter. Das dürfte uns allen nur allzu gut bekannt sein. Und das ist eigentlich auch nur einer der Punkte, der dem Leser im Rahmen dieser Handlung ziemlich vertraut vorkommen dürfte. Während wir in unserer aktuellen Krise immer noch darauf warten, dass diese ein gutes Ende findet, kommt John Ironmonger in seinem Roman zu dem Schluss, dass die Menschen im Angesicht der Krise zusammenrücken, anstatt in Anarchie zu verfallen, so wie es Thomas Hobbes in seinen Schriften vorhergesagt hat. Der Wahl und das Ende der Welt ist ein Roman, der dem Leser vor Augen führt, wie zerbrechlich unsere globalisierte Gesellschaft eigentlich ist. Der bewusst macht, wie stark der Egoismus unsere Wirtschaft lenkt und wie sehr wir wirtschaftliche Zusammenhänge auf unserer Welt unterschätzen. Zugleich macht die Geschichte aber auch Hoffnung. Denn in ihr gibt es Menschen, die an die Stärke der Gemeinschaft glauben und denen Menschlichkeit und Mitgefühl auch im Angesicht der größten Krise wichtig sind. Der Wahl und das Ende der Welt, ein absolut lesenswerter Roman, der an Aktualität und Weitsicht derzeit kaum zu überbieten sein dürfte. Ich hoffe, durch dieses Video habt ihr einen guten Eindruck von diesem Roman bekommen können und ihr seid vielleicht auch ein bisschen neugierig auf dieses Werk geworden. Ich kann es jedenfalls absolut empfehlen. Wir sehen uns ganz bald wieder mit einem neuen Video. Damit ihr das nicht verpasst, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video ein Like gebt. Bis bald!